Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung von uns. Und zwar habt ihr Bock? 2018 Shisha Messe Berlin, aber ihr habt noch gar keine Karten? Mist! Nein, eben nicht! Und zwar Alvazir, die Hersteller dieses tollen Tabaks hier, Alvazir Magic Peach, den ich hier gerade rauche, die verlosen nämlich 3x2 Freikarten für die Shisha Messe 2018 in Berlin dieses Wochenende. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf deren Facebook-Seite gehen, einen Beitrag teilen, einen Freund markieren und liken. Ist doch gar nichts, oder? Also, wenn ihr Bock habt auf dieses Gewinnspiel, dann nehmt doch gerne daran teil. Ich habe nochmal alles in die Videobeschreibung gepackt und dann wünschen wir euch vom Shisha-Team natürlich viel, viel Glück dabei. Wenn ihr Karten gewinnen wollt, dann haut ordentlich rein. Markiert so viele Freunde, wie ihr möchtet. Das gibt euch mehr Chancen zu gewinnen, weil jeder Freund, den ihr da markiert, ist eine weitere Chance zu gewinnen. Und damit sind wir wieder raus. Guten Rauch, guten Geschmack, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!